Musik 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 Oh, der Wecker klingelt schon wieder. Ich habe gar keinen Bock aufzustehen. Aber ja. So, jetzt war Thea Jessica wecken. Und sie wollte halt nicht aufstehen. Dann noch Amanda und sie wollte natürlich auch nicht aufstehen. Was ja eigentlich verständlich ist. Dann noch Julia und sie wollte natürlich auch nicht aufstehen. Ist ja logisch. Ja, so. Dann macht ihr noch Frühstück am Morgen. So, Kakao, Kaffee und Äpfel. Also ziemlich gesund, würde ich sagen. So, dann hat Thea die Kinder zur Schule geschickt. Und ja, das ist der Schulbus. Dann wollte Thea noch Gassi mit Mars gehen. Und ja, das war hier so ihre Strecke. Und ja, es war halt früh am Morgen. Deswegen ist es im Weißen noch so dunkel. Und die Kinder kamen. Und es gab Essen. So Fruchtsaft und so Karotten geschnitten warm. Und dann noch Orangensaft. Und es hat uns allen ganz mega geschmeckt. Dann musste Thea noch ein bisschen arbeiten. Und das war auch sehr schnell erledigt. Dann wollte Jessica noch etwas lesen. Und am Abend haben die Kinder Fernseher geschaut. Es kam nämlich Fußball. Und ja, dann am Abend hat ja noch Jessica Gute Nacht gesagt. Und Amanda darf man nicht vergessen. Und noch Jessica. Nein, Entschuldigung. Und dann wollte sie selbst nochmal schlafen. So, das war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ihr habt jetzt sicherlich ein bisschen unseren Familienalltag gesehen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.